Frank Törr ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Spielerlaufbahn Frank Törr begann in einem Nürnberger Nachbarort beim FC Stein mit dem Fußballspielen. Der Gymnasiast wechselte 1984 in die Jugend des 1. FC Nürnberg. Der talentierte Stürmer gehörte stets zu den Besten seines Jahrgangs und durchlief nicht nur die Jugendmannschaften des Klub, sondern auch alle deutschen Nachwuchsnationalmannschaften von der U15 bis zur U18. Insbesondere in der U16 brillierte er mit 13 Toren in zwölf Einsätzen. So war es logisch, dass er 1988 mit 18 Jahren als Vertragsamateur vierter Stürmer im Bundesliga-Kader des damaligen UEFA-Pokal-Teilnehmers aus Nürnberg wurde, in dem er jedoch klar im Schatten der gesetzten Dieter Eckstein und Suleiman Zähn sowie Rudi Stenzel stand. Am 3. Spieltag der Saison 1988-89 gab er bei der 2-3-Niederlage bei Bayer Uerdingen sein Bundesliga-Debüt. Nach dem überraschenden Wechsel Dieter Eckstein nach Frankfurt während der laufenden Vorrunde rückte Frank Törr in der Stürmer-Hierarchie zunächst auf, konnte in zwei weiteren Vorrunden-Einsätzen jedoch noch nicht derart überzeugen, dass Trainer Hermann Gerland auf ihn setzte. Stattdessen verpflichtete der Klub in der Winterpause Rainer Wöring als neuen Stürmer. Törr selbst kam erst am 29. Spieltag wieder zum Einsatz durfte am 31. Spieltag erstmals von Beginn an ein volles Spiel absolvieren und erzielte schließlich am 32. Spieltag als Einwechselspieler beim 2-2 bei Hannover 96 sein erstes Bundesliga-Tor. Stürmer Nummer 3 beim 1. Der ausgebildete Speditionskaufmann bekam dann zur Saison 1989-90 still einen Vertrag als Profi. Für Törr folgte seine beste Saison in der ersten Bundesliga. In 26 Spielen, davon neun von Beginn an, erzielte er sechs Treffer und war damit am Ende hinter Wöring zusammen mit Sein zweiterfolgreichster Torschütze. Insbesondere sein 2-0 beim 4-0-Sieg über den FC Bayern München am 25. November, als er von Beginn an spielte, bleibt den Klubfans in Erinnerung. Trotz dieser guten Leistungen plante der neue Trainer Arie Hahn in der Saison 1991 still nicht mit ihm in der Stammelf. Dennoch eroberte sich Törr gegen Ende der Vorrunde einen Platz in der ersten Elf, als er vom Elf bis einschließlich des 16. Spieltages stets in der Startelf stand. Doch in der Rückrunde war er wieder nur der Einwechselspieler vom Dienst, der jedoch seinen zwei Vorrundentreffern kein weiteres Tor hinzufügen konnte. Nach drei Jahren beim 1. FC Nürnberg wechselte Frank Törr zur Saison 1991-92 zum VfL Bochum. Dort war nach dem Abgang von Stefan Kohn und Uwe Leifeld der Kampf um die Plätze im Angriff offen. Frank Törr war an den ersten Spieltagen gesetzt, verlor jedoch rasch seinen Startplatz in der ersten Mannschaft. Am Ende war er in insgesamt 17 Spielen zweimal für den VfL erfolgreich. Nach einer enttäuschenden Vorrunde mit fünf Kurzeinsätzen wechselte er während der Winterpause der Saison 1992-93 in die 2. Fußball-Bundesliga zur abstiegsbedrohten Eintracht Braunschweig. Dort gehörte er zwar zunächst zur Stammelf, er zielte aber nur ein Tor und verlor seinen Stammplatz gegen Saisonende. Nach dem Abstieg der Braunschweiger kehrte Törr in seine fränkische Heimat zurück, um sich auf seine Ausbildung zum Polizisten zu konzentrieren. Bei der SPVGG Bayreuth in der damals drittklassigen Bayernliga traf er 30 Spielen neunmal. Woraufhin ihn die SPVGG Fürth zum Start der Regionalliga Süd 1994 unter Vertrag nahm. In Fürth lief es für den Stürmer endlich richtig gut. Er war unumstrittener Stammspieler und wurde in acht Jahren fünfmal bester Torschütze der Mannschaft. In der Saison 1996-97 schaffte er mit der SPVGG den Aufstieg in die zweite Bundesliga, zu dem er als Torschützenkönig der Regionalliga Süd 25 Tore beisteuerte. Besonders pikant war, dass er beim 3-1-Erfolg über den damals ebenfalls drittklassigen 1. FC Nürnberg alle drei Treffer gegen seinen Ex-Klub erzielte. Auch in der zweiten Bundesliga war Frank Thür im Sturm lange die Konstante der Vierter, der mit einer Vielzahl von Stürmern wie Milan Kerper, Arie van Lent oder Peter Roman zusammenspielte. Erst zur Saison 2001-02 verdrängten ihn Johannes Amanatidis und Francis Kiyojo aus der Stammelf. Nach insgesamt 228 Ligaspielen und 86 Ligatoren beendete er 2002 seine Fußballerkarriere. Erfolge Torschützenkönig der Regionalliga Süd 1996-97 still. DFB Hallenpokalsieger 2000 Weitere Berufslaufbahn Nach dem Karriereende trat Frank Thür 2002 seinen Dienst bei der Bayerischen Polizei an. Die Ausbildung hatte er nach seiner Rückkehr nach Franken Mitte der 1990er Jahre aufgenommen. Die parallele Ausbildung kostete ihn zu seinen Vierterzeiten wöchentlich zwei Trainingseinheiten. Thür ist für das Unterstützungskommando Nürnberg zu dessen Aufgaben auch die Absicherung der Bundesliga-Heimspiele des 1. FC Nürnberg gehört tätig. Parallel ist Frank Thür auch Trainer der Bayerischen Polizeiauswahl. Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit